So herzlich Willkommen zu einer Folge Call of Duty Black Ops 3 heute online Team Deathmatch. Ich habe schon eine Folge aufgenommen und habe dann erst nach 13 Minuten gecheckt, dass mein Mikrofon auf stumm geschalten war. Beste, man kennt's. Und deswegen neu. Also beziehungsweise erste Folge für euch. Zweite zum Aufnehmen für mich. Es sind jetzt Ferien, also es kommen nicht jeden Tag Videos, wie ich gesagt habe. Also 5 Tage die Woche, sondern weil ich auch weg bin. Und deswegen... Okay, 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 okay. Okay, chill mal am Leben. Das ist meine zweite Runde jetzt. Oh, meine Lieblingsmatch. Ah, tolle Spiele. Oh, meine Lieblingsmatch. Oh, meine Lieblingsmatch. Oh, mein Lieblingsmatch. Oh, mein Lieblingsmatch. Ich versuche die Musik zu scharfen. Ich versuche die Musik zu scharfen. Was ist denn da? Ich hab schon als Kind härter gekämpft. Hier ist jetzt der Nuss. Ja, ich glaube, war's mit der Folge. Tschüss. Nein, wir werden natürlich nur eine Runde machen. Ich find's krass, dass es noch Leute gibt, die Call of Duty Black Ops 3 zocken. Find ich echt krass. Ja, ja, Sound. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. So. Die Story werde ich... Hätte ich richtig Bock zu Let's Playen. Werd ich auch wahrscheinlich machen. Wie schon gesagt, kann ich euch nicht versprechen, dass es jetzt in den Ferien kommt. Auch. Aber... Werden wir schon sehen. Oh, toll. Ja. 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 Ich wusste gar nicht, dass in jedem Black Ops... Oh. Äh, in jedem Black Ops... Also, beziehungsweise in jedem Call of Duty Online, dass man da die Story... äh, die Map auswählen kann. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Deswegen... dass dann eine ist, die gar nicht dabei war. Und das finde ich halt immer so komisch. W-W-W-2, aber... Das kann man machen. Nichts. Hm. Oh, toll. Drei gegen vier. Das wird ja geil. Das ist ja geil. Team Deathmatch. So. Meine zweite Runde, wie gesagt... Black Ops... Black Ops... Black Ops... Alle CDP-Einheiten ausschalten. Alter... Okay. Hab ihn nicht gesehen. Sind verarschend. Puh. Okay. Erstmal wieder in die Steuerung kommen. Das ist das einzige Call of Duty, wo man von der Map her... ähm, unter Wasser gehen kann. Also von den Maps. Was? Was willst du denn sagen? Och, Junge. Holy shit. Was war das denn da für ein kranker Black? Ach, Digga. Kann man aber gut gehütet hätte ich gesagt. Hier, das ist halt... Black Ops 2. Future Modus. Also in der Zukunft spielt das. Kann man halt. Boah, Digga. Es lag bei mir. Richtig. Ach, Digga. Was ist das? Wie oft muss ich die denn bitte noch rücken? Okay. Ähm. Sah. Scheiße Alter. Scheiße. Ne, laden. Digga, der Kämpfer. spreading. Konterdrohne in der Luft, Radar offline. So, Internet, hast du dich beruhigt? Oh, wir haben uns gleichzeitig gekehlt. Das ist ein Sniper. Tsss, das war los. Ok. Ach, Digga. Was soll'n die Scheiße? Boah. Ach, ne. Ne, ne, ne. Das war ne Scheiße. Ok. Ist echt traurig. Ach, Digga, wie soll ich denn so spielen? Ich muss mich jetzt einspielen. Ich kenn' die Waffe noch nicht. Wenn's so ewig lang her, sieht das Spiel. Oh, oh, hätt' ich den geholt. Das wär' krass gewesen. Double Kill. Double Kill. Um, no. Oh mein Gott. Wie hart kann der mich bitte treffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Digga, ich leck' so heftig rum. Ach, Digga, ich leck' so heftig rum. Es gibt's doch nicht. Nein, ich leck' da mal vorher. Hier, Moin. Wir sind zu... Wir sind mehr Leute als die und verkack'n einfach trotzdem. Oh. Ach, Digga, es hat sich schon wieder so gelohnt, da rüber zu schwingen. Es geht nur bis 50, gell? Es geht nur bis 50, gell? Genau. Was soll die Scheiße? Ach, ich war auch verspissen. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Drohne nähert sich. Das war's für sich. Oh mein Gott, ich hätte ihn ver... Ah, nee, das waren zwei. Shit. Yeah! Woo! Level zwei! Das war's für sich. Oh mein Gott, ich hätte ihn ver... Wir müssen das ja halten. Okay. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es bei mir gelag't hat. So richtig heftig gelag'n. What the fuck? Nach der Runde muss ich mal meine Internetverbindung testen. Pfff! Boah! Sind die da dran? Was? 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 Noch jemand auf die Fresse? What the fuck? Junge... Slay... Also... Das Spiel... Ich beschwär mich nicht. Wahrscheinlich nur mein Internet. Puh! Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Ah! Zwei Leute stehen vor ihm, aber er geht immer noch auf mich, oder? Und der Sohn in der Luft. Radar offline. Oh, oh. Oh, Junge! Hier! O denn? Holy shit! Die machen mich echt fertig. Der... Ich glaub' nicht, wir gewinnen. Nee, wir gewinnen ganz egal nicht. Ein feindlicher Hater? Mag ja meine Videos nicht, hm? Boah! Ich sag' nichts! Oh, Junge. Hier. Okay. War ich zu übermütig. Hit. Links. Ach, Digga, dass er so wenige Schüsse baut, um mich zu töten. Das ist echt krass. Oha, die sind nicht schlecht. Die sind echt krass. Boah, das war intensiv. Okay. Da freue ich mich auch manchmal. Boah. Oha, Digga. Er ist anders, du krank. Oha, Digga. Krank. Der ist krank. Der ist krank. Ja, der... Ja, boi. Sie waren einfach zu 6. 6 gegen 5. Oder waren es 5 gegen 5? Ach, ich werde blittern. Mhm. Okay, Kuda ist Level 3. Jetzt. Also, könnte ich jetzt leveln. Geil. Ich glaube, Vordergriff habe ich bekommen, ne? Ja. Geil, kein Rückstoß mehr. Ja. Uh. Oh. Okay. Wo soll das? Ich sollte die Kuda... ...auf Platz einzumachen. Und als zweites... ...die hier. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.